Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 15.10.2024 und unsere Bullen sind hier wieder kräftiger durch das Beet gerannt, auch auf breiter Front quasi gute Zugewinne überall zu sehen gewesen. Wir hatten gestern unserem DAX ein recht enges Korsett aufgesetzt, hatten gesagt, okay, die letzten Montage waren relativ schwach, das heißt schon ein reines Unterbieten von, wir sind ja 93, glaube ich, am Vortag rausgegangen und wir hatten gesagt, ein reines Unterbieten von 360 könnte ihm schon nach unten eben den Trigger dann setzen, damit wir tiefer gehen und haben aber eben auch klipp und klar gesagt, geht er nicht unter die 360, bleibt er unter die 400, bringt er dann schon die Tendenz hin, ein neues Allzeit hoch zu generieren, also an die 480, 500 ranzugehen und eben auch weiter bis in die 600, insbesondere wenn er nach 10 Uhr noch neue Tageshochsetzt und so kam es dann auch, ja, er hat das relativ schön gemacht, sodass da gar nicht viel Zweifel aufkam, Zweifel konnte vielleicht aufkommen, in dem Moment, wo er hier nochmal ein bisschen runtergestürzt kam, ja, nachdem er sich an der 480 abgestoßen hat, aus so einer Konstellation hätte sich auch schön ein Allzeit, äh, Quatsch, ein Allzeit hoch ergeben können, würde ich sagen, ein Doppeltop ergeben können, ja, aus so einer Konstellation hätte sich schön ein Doppeltop ergeben können, hat er aber nicht bespielt halt, also gar nicht, weil er die 400 in Ruhe gelassen hat, die ganze Zeit die 400 in Ruhe gelassen und wir hatten ja hier in der Analyse sogar die, die 360 als Triggermarke, die sind nicht ansatzweise rangekommen, weil er immer wieder die 400 verteidigt hat nach oben und das sollte ihm ja eben dann den Raum lassen, hier weiterzugehen, den hat er genutzt und damit ist er jetzt erstmal noch intakt im Aufwärtstrend, hat den weiter fortgesetzt, auch durch das neue Hoch bestätigt, ja, ähm, muss man, muss man ja so sagen, ist auch so und, ähm, bleibt da dran, sind jetzt die nächsten Ziele erreichbar, ja, die nächsten Ziele sind jetzt hier bei 600, ähm, 19.600, dann die 19.37 bis 19.67 wird auch nochmal interessant und dann gehen wir schon in Bereiche von 19.800, 19.895, was dann eher so auf Tagesebene, Wochenebene wieder interessanter wird, ja, aber, ähm, hier ist definitiv jetzt noch Platz. Die 600, das sollte man nicht ganz so unterschätzen, ja, die wirkt jetzt hier so, ja, irgendwie so dazwischen geparkt, ja, also auch wenn man so per Auge guckt, sieht das hier mit der Lidler Linie alles schön interessanter aus, aber die 600 ist, glaube ich, hier die gefährlichere Marke von allen im Umfeld, ähm, die können auch nochmal deutlicher reagieren, das heißt, von dort auf eine 480 zurückzusetzen, wäre gar nicht so unüblich, ja, wenn er um die 600 herum, das dürfte auch, äh, ich meine, 630, das ist schon jetzt dolle Grobs, ein 30-Punkt-Unterschied, aber so aus dem Bereich 600, 630, wenn er sich da eintritt, ähm, hält er locker das Zeug nochmal auf eine 480, 500 von oben draufzusetzen, das dann allerdings ein guter Support, auch wenn er grundsätzlich, äh, vielleicht reinkleckert, ne, wir haben gestern gesagt, wir setzen ihm eine enge Kante mit 30 Punkte tiefer, hier müsste man wirklich ein bisschen gröber rangehen, ähm, weil selbst ein Abgleiten auf eine 480 noch bullig sein kann, ja, so dass ich hier nichts sagen kann, also, ähm, ab 500 ist hier Fett Shorten angesagt, ne, weil der kann wahrscheinlich direkt an der 400 oder sogar schon an der 500 sich nochmal aufdrehen und nochmal hoch in die 600 oder gar schon in die 37 drücken, das sollte man zur Kenntnis nehmen, grundsätzlich kann man aber sagen, fällt er unter 480 und, und, und bekommt da keine Stärke rein, also zuckt, schiebt es nicht direkt nach oben, ähm, sollte einen das schon ein bisschen vorsichtiger stimmen, ähm, weil das dann eben zu einer 400 zurückführen kann, und wenn er das am Dienstag macht, den Vormittag die 480 zu zerlegen und am Nachmittag dann mit amerikanischem Handel noch einen auf die Nase zu kriegen, ähm, in die 400 rein, dann würden wir ein abverkauftes neues Allzeithoch kriegen, plus ein Umkehrsignal auf Tagesebene, und dann kann es schmackhaft werden, deswegen kann man da schon ein bisschen genau hingucken, aber er müsste halt wirklich auch unter 480, um erstmal überhaupt ansatzweise damit anzufangen, ja, wenn er nur 500 Rücklauf, 480 macht, dreht er sich bestimmt einfach nur wieder hoch und geht zur 600, 37 und weiter, ja, also das wäre kein Grund, er muss, er muss die nach unten rausnehmen, am besten sogar sich von unten dann hoch zukommend nochmal dran abstoßen, an der 480 nach unten abstoßen, ja, das wäre, das wäre ein gutes Statement, und wenn ihm das am Vormittag gelingt, ich glaube es ja eher nicht, aber wenn ihm das am Vormittag gelingt und er kriegt am Nachmittag mit dem US-Handel Schwäche rein, dann ist eine 400 realistisch und dann kriegt man ein Umkehrsignal auf Tagesebene mit Abverkauften hoch und dann geht es im Mittwoch auch nochmal ein ganzes Stückchen runter. Ja, aber das stand jetzt Zukunftsmusik, weil der Chart ist positiv, es sieht gut aus und so wie wir das gestern mit der 360 gesagt haben, muss man hier auch angehen, solange wir keine negativen Signale kriegen, zeigt der Markt erstmal weiter nach oben und dann sollte man die Chance eben auch nutzen, solange wie es noch funktioniert. Gut, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Dienstag, gutes Gelingen und dann bis morgen wieder, tschüss!